ICE-Schnellfahrstrecke Kassel-Göttingen-Leinebusstunnel Der sogenannte Leinebusstunnel liegt in der Nähe von Göttingen nahe der Autobahnkreuzungspunkt Transfeld zwischen Jünde und Volkerothe. Er ist 1740 Meter lang und unterquert den sogenannten Leinebusch. Oben die Flieger und unten die schnellen ICE-Verwindungen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Wie hier am Leinebuschtunnel nahe Göttingen auf der ICE-Schnellfahrstrecke Kassel-Göttingen. Leinebusch-Tunnel Kassel-Göttingen-Leinebusch-Tunnel